Das meine ich. Welches das auch immer war? Ja, ich weiß nicht, wie geht es? Ich hoffe, ich möchte es auch mit aufs Podest nehmen. Hey, sag mal, dürfen wir die Startnummern nochmal anziehen fürs Podest? Wenn du das möchtest, darfst du das gar anziehen. Aber das Felscher hattest du? Ja, dann zieh die nochmal an. Die gehen wir eh nicht mehr. Bravo! 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 Vielen Dank! Ich bin sehr nervös und ich wusste, dass Sabine Eichenberger sehr schnell sein würde, aber ich bin sehr glücklich, dass Alke sehr schnell sein würde und ich bin sehr glücklich, dass ich gewinnen kann. Kannst du den Sprint gewinnen? Nein, ich bin der Besten auf der Klassik course, aber ich werde meine Besten geben und hoffe für ein gutes Ergebnis. Ich bin sehr glücklich und ich crosse meine Finger für die anderen. Ich bin der Besten auf der Klassik course. Wer ist wir? Das ist Sandrin. Und Ella. Und Alra. Hallo. Sie sind ähnlicher. Das sage ich auch immer. Du weißt nie, ich habe nichts zu tun. Ich habe versucht, zu lernen französisch, aber ich habe nicht gewonnen. Ich werde sprechen französisch. Ich bin der Gründer des Wanderers. Weltkampion von Deutschland, Manu Manuela Stobel! Ich will Sie bitte auf dich auf der Himmennationale de l'Allemagne. Please rise up for the National MDEMO Germany. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020